my heart keeps stopping I find a way to block it I go low lalalalalalalalala lalalalalalalalalalala jo leute wassgeht und willkommen zurück zu alleskommt let's play last of us wir haben hier stehen geblieben und haben Elia auch gesammelt Jetzt müssen wir alles aus der Stadt schmuggeln. Ja, ich muss sagen, weiter geht's. Da kann ich mich bedanken für allen Support. Jetzt seid ich wieder mit der Soglade. So, ja, gehen wir mal raus. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Siehe es doch mal so. Dafür könnt ihr sich richtig wieder... Na, stell. Hab genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Scheiße. Ich dachte wir würden sie irgendwie aufhalten. Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlin uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Dass sie ja lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein. Man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaub es nicht. Tess. Lauf. Lauf. Lauf! 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 Los, komm. Alter was, Alice infiziert! Ich ziehe dir, moin! Alle, wir müssen noch mal laufen. Bereit? Ja. Ja. Ach was? Du merkst, dass es schon... Ich sehe sie, ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräbungs. Zwei, drei. Zwei, drei. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Ach du Scheiße, ach was du... Oh, wenn es auch noch alles. Los, los! Sieh ihr Gesichter! Ich habe das schon damals gehasst in dieser Mission. Ja moin. Wie ist das kein Problem? Nein, 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 nein. Ja, ich habe es gehört. Ich habe das. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Was sind wir hier überhaupt richtig? Ich hoffe es jetzt mal. Ja. Alter Schwede. Oh ja, nein, weiter geht's, ne? Oh, noch mal ein paar Folie. Los geht in den Weg. Oh, mein Leben ist schon fast am Arsch. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen die da vorab kommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen da unten. Ah ja, die ist schon dort. Ja, Moin, ne? Wie sieht aus? Es sind so viele Tests. Oh, Mann. Oh, Mist. Sie sind hier bei uns. Okay. Ah, komm mal. Hey, geh aus. Weg hier, weg hier. Leg mich am Arsch. Alter, mein Leben. Mein Leben. Mein Leben. Ey, bitte sag ich nicht. Ich muss jetzt zurück. Wo bin ich hier überhaupt? Ah, gut. Hier müssen wir durchpassen. Wir sind auch da perfekt. Ah, mein Leben. Bruder, mein Leben. Ja, geht so lang. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Oh, geil. Danke, 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 Tess. Sonst hätte das anders ausgehen können, ne? Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen uns extra öfter Lichterstatten. Ich glaub, sie sehen uns nicht. Verstand. Für den Forträgen. Bleib im Dunkeln. Gut. Ich glaub, jetzt hätten wir safe. Da können wir durchkommen. Ah, okay, Moment. Ähm, okay. Schauen wir uns hier mal oben. Jawohl. Bin Chandra. Was? Oh, geil, 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 geil. Ja, das wär scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Auch nichts, ne? Ja gut, dann gehen wir weiter. Tess, wir landen durch das Rohr. Alter. Ja. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dicht dran, Ellie. Oh, warte, warte. Warte, warte. 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 Sammels. Sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt gehört. Abla, los, jetzt mal los. Weiter. Ey, das ist krass. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Mann. Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor. Tess. Und das, das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Das ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Durchs Zentrum? Aha, kommt's gut. Oh, nee, diese Musik alter. Das bringt so ganz die Haut alter. Ei, ei, ei. Ich muss sagen, ach, ich glaub das ist eigentlich immer noch geiler mit diesem Game. Das... Ein altes Spiel ist. Oh, meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Ich bin bereit, um die Quarantäne zu gehen. 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 Gut, so also... Und jetzt? Was? Äh, was war das jetzt? Jetzt hörst du das. Ja, lange aber als wärst weit weg. Nein. Äh, sind wir sicher? Vorerst. Na los. Scheiße, Mann. Ja, und jetzt ist er hier. Nach unten springt wie ein Assassino, oder was? Hans. Schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja. Wir müssen da irgendwie durch. Ich dachte, hier soll das Stinken sein? Weil... Jetzt wird ich mir nicht drauf. Hier drüben. Ich. Das kann heute werden nicht. Gut. Hast du da was gefunden? Oh. Ich weiter. Bleib du einfach in ihrer Nähe! Warum haben wir nur eine Knaare? Ich will eine andere Knaare. Ich will eine Knaare. Hey Pess! Komm! Wow! Er wurde zerfett. Vielleicht ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Scheiße! Ich nicht. Es gibt eine Knaare. Ich geh mal weiter. Das ist aber geil da, das kann man gebrauchen. Können wir jetzt in den Hohen. Was ist denn? Auf die Seite! Wo 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 was? Gott verdammt, Glicker! Oh, Mann! Was mit dem Gesicht? So sieht jahrelang Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So ordnen sie dich. Mist! Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Ja, ja, Moment! Bevor wir hier durchgehen, kommen doch... Ja, was? Ah, okay, da kann man auch... Okay, nice, gut, so ist... Wir konnten doch noch weiter nach oben, hab ich gemeint. Ah, nee. Aber hier liegen noch Sachen rum. Ja gut, dann gehen wir weiter, ne? Gehen wir weiter... Ich erinnere mich, glaube ich noch an diesen Ohl Scheiss. Ich glaube, hier kommt gleich ein Klick. Und die will ich zerfetzen. Komm runter! Ja. Ja. Ich bin nicht da drin. Aber jetzt, glaube ich, in diesem Gebäude. Ah, nice! Ist es sonst einfach Sachen? Ich glaube nicht mehr... Ja, aber hallo! Und jetzt! Wo... Zum? Ich hoffe noch mal... Soll mir jetzt hin? Hä? Hier unten hat es... Äh... Sicher nicht, ne? Ah, nee. Weiß denn... Weiß denn, weiß denn? Wir wissen jetzt hier unten. A doch. Oh. Ja, okay. Der hat wohl beim Baden auf Verstärkung gewischt. Und jetzt? Moment. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ja, lol. Ich habe das Gefühl, dass wir hier runter springen müssen. Ah, jetzt auch noch eine Tür. Ah, aber nur... L-l-l-l. Ich habe nicht wirklich, was das sonst sagt, der Schiff, nicht? Scheisse, Mann, wo muss ich hin? Was ist das, Mann? Ich gehe trotzdem noch mal hier die Treppe... Hoch? Irgendwo muss das doch weitergehen. Kann man doch... Hä? Jo. Oh. Okay, Moment. Ich... äh... Irgend... Ich brauche mich irgendwie noch übersehen. Oder weiss auch. Irgendwo muss ich einfach weitergehen. Wofür kann ich sagen, dass wir jetzt hier... Ah. Oh, nee. Hier kommt gleich ein Klick zu springen, habe ich das Gefühl. Ich kann es gleich einstellen. Hier rinne ich mich noch. Ja. Jo, 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 jo. Au! Alter. Danke. Okay. Du bist okay? Nicht passiert. Ja. Suchen wir Vorräte. Scheiße! Oh, das war... Ja, ich hab... Nichts können wir gebrauchen. Hier. Verabschi dich. Oh. Vielen Dank. Okay. Ah, fuck. Äh, fuck. Ah, ja, nice. Ich kann jetzt meinen Kids auch erstellen. Perfekt. Oh, Mann. 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 Du bist dran. Los, komm. Herrschnein. Herrschnein. Kann ich herstellen, ne? Wie kann ich noch ein Messer herstellen? Nice. Oh, Mann, komm. Ach du Scheiße Glück! Ich glaube ich hätte noch einen Zügelstang noch gebracht. Ich habe mir eine Flasche. Wir können raus, über das Gerüst. Ich glaube das war. Elli, alles klar? Ich habe die volle Hose. Ja geil, Minikid. Alles klar. Dann los. Moment. Das ist ja alles einbricht. Bitte die Damen. Okay, komm. Die Treppe ist dicht. Das ist verrückt. Ja. Ist das nicht? Nicht nach unten schauen. Was? Was du willst? Komm, Elli. Das ist ein Rathaus. Das ist ein Rathaus. Das ist ein Rathaus. Ich dachte, das war noch ein bisschen, äh, den Fenow. Ich habe die Karte. Oh, das ist ein Rathaus. Wie ist das? Oh, das ist ein Rathaus. Oh, das ist ein Rathaus. Ah, geil, ja, ja, nice. Äh, was? Ja, aber da sind doch Bund-Prozeller-Clickers. Alla, wo? Zwei, drei, vier, fünf. Nussum? Gláði, gláb í hnýtt. Það er sann klikir. Eurýj vám sákl. voll Das ist voll. Ah, das ist voll. Ah, das geht nicht. Das ist nicht klick. Ich hab's nicht gesehen. Ich sag, wenn ich den klicke. Leise ausschocken. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Fuck. Das ist nicht. Das ist nicht klick. Das ist nicht klick. Das ist nicht klick. Ich muss sie alle beseitigen, aber der Klicker ist der, der mir eigentlich auch meistens vorgemacht. Und er steht dort. Es sind nur ein Klicker. Wenn ja. Oh, ich bin ja morgens. Komm schon! Komm schon! Das ist ein Klick! Ja, lol! Läuft! Du scheiß Klick! Hey, was? Ciao! Okay, bock auf dich! Okay, wir können kommen! Okay, wir können kommen! Verschwinden wir von hier! Okay, was ne Folge? Ich glaube, wir bringen uns in Sicherheit! Und danach beende ich die Folge hier! Aber Joel hat's drauf, ne? Okay, wie ist das? Okay, geht's los! ja er hätte das ein bisschen schneller hallo ist ein bisschen schwer ne perfekt ui kurz einsam ja alles alt nein zu wenig klumpen das war es an der Stelle von The Last of Us, wenn es euch gefallen hat Daumen hoch lassen aber da und bis zum nächsten mal haut rein ciao ciao Outro